Einen wunderschönen guten Morgen. Reisegruppe, heute mal kein Ballermann, macht sich bereit, um aufzubrechen nach Mallorca. Herzlich willkommen zum Prolog Shisha Journey. Geht los. Wir haben gepackt, mein Papa steht schon draußen, jetzt geht's zum Flughafen. Musik Koffer-Notstand? Ja, Notstand. Hier mit meinem guten Remover für entspannte 1.2. Das war's, wo hast du den jetzt hergeklickt? Den haben wir noch organisiert, nachdem mir gestern spontan nachts der Koffer geplatzt ist. Der Flughafen Express macht sich auf den Heimweg und wir sind mit den Koffern schon am Airport. Jetzt einmal Koffer einchecken und dann geht's für mich zum ersten Mal und für René zum 228. Mal. Das ist übrigens eine erfundene Zahl. So selten. Dann geht's los. Musik 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 So, mittlerweile sind wir bei der Autovermietung angekommen. Das sollen unsere zwei Schätze hier werden. Zwei Mazda, keine Ahnung was. Es gibt aber noch kleine Diskussionen wegen Kaution, die ist das, aber klärt sich bestimmt gleich. Dafür sind wir ein bisschen früher da als die anderen. Aber Wetter ist auf jeden Fall schon mal geisteskrank. Ich gehe kaputt. Nach kleinen Klärungsgesprächen haben wir jetzt auf jeden Fall hier unser erstes Gefährt. Die Grüße gehen raus an den Bro bei Check24, der meine Stimme erkannt hat, als wir da angerufen haben und uns beschwert haben über IK. Aber ja, eine Karre haben wir jetzt, eine zweite treiben wir auch noch auf. Wie gesagt, das ist der Grund, warum wir hier früher hingekommen sind. Von daher alles easy, alles gut. Ja, aber daher sieht er auf jeden Fall schon mal ganz nice aus. René, wichtig und richtig, Freunde, falls ihr noch keinen Mietwagen hattet, wenn ihr einen Mietwagen holt, Video alles, Foto alles. Nehmt das Ding komplett auseinander, am Ende drehen die euch sonst was an. Wichtig. Hola. Wir sind auf dem Weg, um die ganzen Shishas und sowas abzuholen. Zweiten kriegen wir schon auch noch organisiert. IK war jetzt nicht so geil. Wir gucken wahrscheinlich jetzt einfach nochmal bei Six oder so. Man denkt immer, geil, anderer, besserer Deal. Aber am Ende des Tagesfests sind meistens mit Six einfach am besten. Aber genau dafür haben wir zwei Tage Feuer, um den ganzen Scheiß zu organisieren, weil sowas immer passiert auf Reisen. Ich glaube, jeder kennt es. Und deshalb erledigen wir das jetzt einfach. Und weiter. Wir haben das Auto den Cent vollgepackt. Aber wir haben jeden Liter von diesem Kofferraum genutzt. Aber alles reinbekommen. Und alles reinbekommen, das ist das Wichtige. Es fehlt nur noch Kohle. Und die wollen wir irgendwo noch bei einer Estanco. Und jetzt aber erstmal ein Häppchen, Häppchen speisen gehen. Das erste Essen auf Mallorca. So, Essen war schmackhaft. Guckst du hier schon nach Nachtisch oder was? Vielleicht. Jetzt brauchen wir noch ein Passage und dann fahren wir zu unserer Unterkunft. Und fun fact, wir wissen noch nicht, wo wir sind. Es wurde etwas gebucht für die ersten zwei Tage und wir haben keine Ahnung was. Wir haben einfach eine Adresse geschickt bekommen. Das heißt, wir fahren jetzt einfach zu dieser Adresse und hoffen, dass das dann nice ist. Und dann hat mich René überredet, dass wir heute Abend an Ballermann gehen. Also wir denken, dass wir es gefunden haben. Sicher sind wir uns, aber es muss es sein. Ja gut, also das Geheimnis hat sich gelüftet. Das ist das, wie heißt das? Salty, ne? Salty, pure salt, salty, pure salt. Oh, da wird aber kuschelig, du. Warte mal. So leicht sind um 450 Kilo, die haben noch fast. Ja, ja, vor allem mit dem Gepäck. Oh Gott. Also Hotel sieht geil aus. Mal gucken, wie es zumal ist. Okay, Freunde, kleine Roomtour. So sieht das Ganze aus. Da ist der Fernseher. Hier ist auf jeden Fall ein riesiges Bett. Ultra geil. Hier ist die Dusche. Hallo, guten Tag. Und es gibt aber noch ein anderes extrem wildes Feature. Und zwar, da ist die Eingangstür. Aber... Hi. Hier ist einfach Renés Zimmer. Und hier ist einfach Morgs Zimmer. Achso. Das ist crazy. Das ist wirklich sehr, sehr crazy. Geil. So, noch ein schnelles Wasser gezogen. Jetzt sind wir tatsächlich schon am Ballermann unterwegs. Aber wir gehen nur gerade zu einem Taxi. Und dann geht es noch Abendessen. Und dann gehen wir aber wirklich noch auf ein Bierchen in den Bierkönig. Bild. Ja, Hotel ist geil. Wetter ist geil. Stimmung ist geil. Bierkönig gucken wir mal. So, auf zur Tapas-Bar und zum Abendessen. Taxi hat uns gedroppt. Wir sind weiter fleißig am hydraten. Er ist auf jeden Fall ein geiler Vibe. So, die Straßen jetzt hier. Dann noch bei Nacht mit der Beleuchtung. So nice. Also, die Seiten von Mallorca gefallen mir schon sehr, sehr gut. Und wie das für den Bierkönig und Ballermann nachher noch so wird, gucken wir mal. Schauen wir mal. Was wird. Und heute Mittag waren wir tatsächlich italienisch essen. Jetzt gehen wir aber meiner Meinung nach ein bisschen passender essen. Jetzt gehen wir Tapas futtern. Das wurde uns auch empfohlen von der Patricia. Die war vorhin noch dabei. Die hat uns auch den Italiener empfohlen. Und er war auch sehr lecker. Aber ich meine, wenn man auf einer spanischen Insel ist, dann darf es meiner Meinung nach auf jeden Fall auch sehr gerne spanisches Essen sein. Bin gespannt. Tapas finde ich geil. Also rein da. So, die ersten paar Sachen wurden auf jeden Fall vernichtet von den Tapas. Meine geliebten Kroketten aus Sevilla gibt es auch hier. Jetzt ist natürlich die Frage, können die Kroketten auf Mallorca genauso viel wie die in Sevilla? Die Kroketten wurden vernichtet. Die Kroketten sind auch hier geisteskrank geil. Nice. Das passiert wirklich. Wir sind auf dem Weg zum Bierkönig. Die zwei hier im Auto sind geisteskrank gehypt. Ich will aber halt sogar fast mehr hypen, wenn du so grumpy bist. Ihr ergötzt euch an meinem Leid. Nein, das wird bestimmt toll. Ich bin so hoffnungslos falsch. Ich laufe dem René einfach stumpf hinterher. Erst sage ich, ich will hier nicht hin. Und jetzt ist der erste Abend und ich bin mittendrin. Was passiert hier? Ich habe René und du Kleidung jetzt im Megapark gelassen. Ich bin wieder daheim. Nee, Bierkönig. Reicht. 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 Bis zum nächsten Mal.